Und das, liebe Kinder, passiert, wenn man seine Helis zu Dienstende nicht abschleppt. Dann kommt der Valerius und will sie im Hangar landen. Das kriegt er auch meistens ganz gut hin. Ja, Dr. Strange, das war deine Mururg. Das nächste Mal schleppst du sie bitte ab. Vielen Dank für Ihre Aufmerksamkeit.